Hallo, nun folgt eine kurze Dokumentation darüber, wie zwei Noobs versuchen, in Fortnite jämmerlich eine Runde zu gewinnen. Viel Spaß dabei! Ey, hier ist ein Traktor! Sind Traktoren in dem Spiel hier mit inbegriffen? Oh, ich hab so eine Spitzhacke, damit kann ich Sachen kaputt machen. Alter, ist die Maus, der fängt halt hoch. Ganz ehrlich, hier kann man alles kaputt machen. Krass. Äh, was meinst du? I'm behind you, my friend. Stimmt. Hörst du dieses krasse kritische Geräusch? Auge des Sturms wird kleiner. Alarm! 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 Jo, wie das aussieht, wenn du springst, Alter. Voll komisch. Ja, spring mal. Kann man schwimmen? Stimmt. Denkst du, schwimmen ist schneller als außenrum gehen? Naja, bestimmt nicht. Man watschelt nur durchs Wasser. Okay, das muss ich testen. Wie langsam der da läuft. Von da oben. Ah, ja, ich hab leider keinen Scope. Du hast den getroffen. Boah, der baut Wände! Lass ihn mal weitergehen, scheiße. Oh Gott. Ich glaub, das macht keinen Unterschied, wie lang man die drückt. Wie du versuchst, das da hochzuspringern? Ab geht's! Boah, der Turm ist drin, Alter. Lass mal auf den Turm gehen. Da wären wir übelst weggesnipet, aber scheiß drauf. Lass mal die Wände wegmachen und neue Wände hier hinbauen. Sehr gefeindlich. Nein, lass die doch mit dem Fenster. Aber ich kann dir ne Treppe hier hinbauen. Ja, das glaub ich gar nicht so schlecht. Sind die denn? Äh, über uns. Ähm. Über uns? Die sind grad da runter. Siehst du nicht die Treppe, die hier gerade lang gebaut wurde? Die kommen gerade hoch. Hab ihn. Da kommt noch einer, ne? Ah, ich bin irgendwie runtergefallen. Oh Gott, Alter, ich werd sterben wegen dir. Hab ihn! Oh! Nice! Wie heal ich dich? Äh, wo bist du überhaupt? Ich bin froh, der hat mich gekillt. Ach, Kalla, warum bist du gestorben? Du bist so schlecht. Du bist, weil du runtergefallen bist. Ja, das kann ich doch nicht. Dann fällst du halt auch runter. Wir so, ja, wir snipen die jetzt weg. Drei Sekunden später bauen die sich über uns mit diesen, äh, Treppen nach oben. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Oh, oh, da ist ein Gegner. Hilfe! Hier ist ein Gegner. Oh, da sind zwei Gegner. Aber der trifft mich nicht. Der ist ein Noob. Oh, ich habe mich gerade geduckt. Boah, was war das? Warst du das? Ja, ich habe mich selber getötet. Ja, ich hatte nur den Raketenwerfer. Hier, guck mal, ich habe einen Crossbow, der unendlich Muni hat. Guck mal, der Crossbow der Liebe. Hat irgendwer geschossen. Oh, oh. Das war auto erlauben, geht an. Warte, ich bin doof. Schaukel, Alter. Ich höre die ganze Zeit Schüsse. Wir sind in die Tanke da reingegangen. Da baut sich jemand über uns. Granaten! Ey, warte, das ist ein Typ! Siehst du den Typen da in Rot? Nein, muss nachladen. Hilfe! Hab ihn! Oh mein Gott! Ey, das Raketenwerfer, glaube ich. Was ist denn hier die ganze... Irgendwann? Läuft! Unter uns! Hab einen! Hab einen! Pass auf! Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Bin down! Ah, Top 3 geht schon klar für die... Aber der Typ ist auch nur am Bauen, oder? Okay, zurück zur Lobby. Zurück an dich, Pass. Lass mal noch ein Match machen. Ich hab keinen... Ich schon, 30. Habt ihr eine Granate reingeworfen? Deswegen ist er jetzt raus. Oh, jo, der... Mein Aim ist echt nicht on-flieg. Jo, guck mal, der Typ schießt mich ab. Der Typ schießt mich einfach ab, während ich den Saufgruck nehme. Kann er noch nicht machen. Oh, äh, oh! Du bist down! Das hab ich ja nicht gesehen. Ach, ich muss gedrückt halten. Vielleicht kann ich abbrechen. Ja, hab ich dann auch gemerkt, Mann. Er kommt. Ist das so? Oh, das ist tatsächlich so. Ja, erst mal eine Backstein-Treppe. Fack, ich will höher. Boah! I'm down. Er hat aber kassiert. Bin down. Eliminiert von Klaus Klever, Simon. Das ist das.